In diesem Video würde ich dir gerne 10 Tipps geben, mit denen du schnell mehr Geld verdienen kannst. Und ich gehe jetzt davon aus, dass du nicht in einem Angestelltenverhältnis bist. Das heißt, dass du selbstständig bist, ob als Freiberufler, als Einzelunternehmer oder möglicherweise hast du eine gigantische GmbH, AG, was auch immer. Ich möchte dir hier 10 etwas theoretische Strategien zeigen, die ich dann aber an praktischen Beispielen erklären werde. Kommen wir zwar erst zur ersten Strategie, die ich dir wirklich empfehlen kann und genau dazu hatte ich bereits vor zwei Tagen oder ich glaube sogar gestern, gestern hatte ich ein Tutorial zu diesem Thema gemacht, nämlich in Verhältnissen zu denken. Und zuallererst sei schon mal gefragt, was genau sind diese Verhältnisse und warum lohnt es sich, in Verhältnissen zu denken. Nehmen wir zum Beispiel an, du bist im Bereich Sales und du verkaufst am Telefon und du weißt ganz genau, dass du in einer Stunde ein Sale machen kannst. Du weißt, dass jeder Sale 100 Euro bringt. Wie viel verdienst du dann in die Stunde? Klar, 100 Euro. Du weißt vor allen Dingen aber auch, wie viele Sales du pro zum Beispiel 20 Personen generierst. Wenn du zum Beispiel 20 Personen anrufst, wie viele Sales generierst du dann? Nehmen wir an, du generierst ein Sale pro 20 Personen und jeder Call dauert drei Minuten. Das würde bedeuten, dass du in 60 Minuten ein Sale generierst. Das heißt, in einer Stunde 100 Euro, wenn die Margin vom Produkt 100 Euro ist. Und jetzt nehmen wir zum Beispiel mal an, du, und das hatte ich gestern im Tutorial gesagt, das Beispiel hatte ich gegeben, du möchtest in den Bereich Online-Videokurse reingehen oder vielleicht sogar YouTube-Tutorials. Und du erstellst deinen ersten Online-Videokurs, sagen wir mal, das ist das erste Beispiel, du erstellst den ersten Online-Videokurs und du denkst dir, ich habe gar keine Ahnung von Online-Kurs-Marketing, aber du bist dir zu 100% sicher, dass du mit diesem Kurs 1000 Euro in einem Jahr verdienen kannst. Dann ist natürlich die Frage, was genau ist denn eigentlich dein Ziel? Dein Ziel könnte es zum Beispiel sein, in einem Jahr 100.000 Euro zu verdienen. Wie viele Kurse müsstest du dann in diesem Jahr erstellen, damit du, wenn ein Kurs 1000 Euro im Jahr macht, 100.000 Euro im Jahr verdienst? Ganz klar, 100 Kurse. 100 mal 1000, 100.000. Der nächste Schritt, über den ich nachdenken würde, ist natürlich, wie kannst du dann diese Verhältnisse verbessern? Nämlich, nehmen wir zum Beispiel an, du bist wie gesagt im Bereich Online-Kurse und du merkst, okay, ich kann mit einem Kurs 1000 Euro im Jahr machen. Kannst du auch mit diesem Kurs 2000 Euro im Jahr machen oder 3000 Euro oder 4000 Euro? Weil nehmen wir zum Beispiel an, du verbessert deinen Kurs-Marketing von Jahr 1 zu Jahr 2 und im ersten Jahr konntest du 1000 Euro mit dem Kurs im Jahr generieren. Im zweiten Jahr schaffst du es, 4000 Euro mit diesem Kurs im Jahr zu generieren oder mit neun Kursen im Jahr zu generieren. Wie viele Kurse müsstest du dann erstellen, um 100.000 Euro zu verdienen? Ganz klar, nur 25. Das heißt, du hättest gerade mal ein Viertel der Arbeit. Wenn wir in Verhältnissen denken, dann müssen wir uns hinsichtlich zwei Parametern sicher sein. Nämlich zum einen dem Ziel und dem eigentlichen Verhältnis. Nämlich dem Verhältnis aus, wie viel muss ich tun, um was zu bekommen. Heißt zum Beispiel, wenn ich einen Kurs erstelle, kriege ich 1000 Euro im Jahr raus. Wenn ich 20 Leute anrufe, kriege ich einen Sale. Das ist also das erste Verhältnis, wo wir uns wirklich drüber klar sein müssen. Und dann der zweite Punkt ist, wie gesagt, die Zielsetzung. Das heißt, wo genau möchtest du hin? Und du müsstest dir übrigens auch überlegen, ob du das Ganze an einem Tag schaffst. Nämlich, du könntest natürlich auch sagen, mein Ziel ist es, 100 Millionen Euro in einem Jahr zu machen. Und dann würdest du dir überlegen, wie viele Kurse muss ich erstellen, um 100 Millionen Euro zu machen, mit 1000, wenn ein Kurs 1000 Euro im Jahr macht. Wenn ich mich nicht irre, wären das 100.000 Kurse? Kann mich vielleicht irren. Aber wie gesagt, du müsstest irre viele Kurse erstellen. Genau, 100.000 Kurse müssten es praktisch sein. Schaffst du das in einem Jahr? Nein, absolut nicht. Ich bin ein absoluter Workaholic. Und ich schaffe in den meisten Jahren noch nicht mal, also wenn ich selbst die produziere, noch nicht mal 365. Ich schaffe meistens ungefähr einen Kurs am Tag. Ich produziere natürlich mit meiner Firma noch weitere Kurse. Deswegen kommen wir auch meist über die 1000-Kurse-Grenze im Jahr. Aber ich persönlich schaffe es in den meisten Fällen ungefähr einen Kurs pro Tag zu erstellen, wo ich wirklich mir sicher sein kann, dass der Kurs von hoher Qualität ist. Wie gesagt, die Verhältnisse sind meines Erachtens extrem wichtig, dass du dir im Klaren bist, was diese Verhältnisse bedeuten. Dass du dir im Klaren bist, wohin das Ganze eigentlich gehen soll. Das heißt, wie viel Geld möchtest du denn überhaupt mit der ganzen Sache verdienen? Und sobald du diese beiden Dinge herausgefunden hast, dann geht es wirklich nur noch um die Execution. Dann geht es nur noch darum, kannst du wirklich so hart arbeiten? Ich weiß zum Beispiel auch ganz genau, wenn ich jeden Tag einen Kurs produziere, kann ich damit easy derzeit 1-2 Millionen Euro pro Jahr machen. Easy. Genau deswegen ackere ich halt auch so irre viel. Weil ich dieses Ziel habe und weil ich weiß, dass auf einer täglichen Basis ich genau diese einzelnen Schritte gehen kann. Das heißt, ich muss nur noch die Schritte gehen und ich kann jeden Tag mein Geld einsammeln. Und am Ende des Jahres habe ich mein Ziel erreicht mit so gut wie 100%iger Sicherheit. Weil ich ganz genau weiß, dass ich sehr tief gestapelt habe, dass ich sage, ich werde nur 1.000 Euro mit einem Kurs im Jahr verdienen. Oder zum Beispiel sehr tief ist jetzt für mich gestapelt, wenn ich sage, ich verdiene mit einem Kurs 4.000 Euro mehr. Und wenn ich jeden Tag einen Kurs erstelle, ja easy bin ich dann bei einer Million pro Jahr. Ja, kommen wir dann zum nächsten Punkt, nämlich monetarisiere alles. Und das ist einer der wichtigsten Tipps, die ich euch geben möchte. Und ihr werdet euch jetzt vielleicht denken, monetarisiere alles, mache alles zu Geld. Aber Leon, dieses Tutorial ist doch umsonst. Stimmt, aber ich verdiene irre viel Geld über diesen YouTube-Kanal, obwohl er noch nicht mal besonders viele Klicks hat. Zum Beispiel, ich kann euch jetzt mal sagen, was ich im letzten Jahr, äh im letzten Monat mit diesem YouTube-Kanal ungefähr verdient habe. Ich müsste ungefähr zwischen 900 und 1.200 Euro mit diesem Kanal verdient haben. Wodurch? Weil mein Kanal ist ja immer noch nicht monetarisiert durch Kursverkäufe, durch Coachings. Ich muss sogar im Echtzeit sagen, es ist wahrscheinlich sehr viel mehr, weil ich habe gerade die Kurse hinzugezählt. Ich denke, die Coachings sind wahrscheinlich 2.500 Euro ungefähr letzten Monat alleine aus diesem YouTube-Kanal, wo vielleicht Videos mal 50 Klicks, mal 150 Klicks, meine besten Videos mal 2.000 Klicks bekommen. Aber doch, wo relativ wenig, sag ich jetzt mal, Traffic bisher erst existiert. Ich monetarisiere alles, weil ich immer wieder in meinen Videos sage, schaut doch mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr zum Beispiel meinen Kurs für 9,99 Euro. Oder zum Beispiel könnt ihr mit mir ein Coaching buchen. Übrigens, ihr könnt mit mir jetzt ein Coaching buchen, wenn ihr in die Videobeschreibung geht. Und das, wie gesagt, ist einfach ein Weg für mich, Geld zu generieren, Einkommen zu generieren. Und ihr wisst ganz genau, mein Ziel ist es, mit diesem YouTube-Kanal eines Tages Geld zu verdienen. Auch wenn es nicht viel ist. Nehmen wir zum Beispiel mal an, dass es dann irgendwann 50.000 Klicks pro Monat sind. Was wirklich nicht viel ist. Ich generiere derzeit knapp 50.000 Klicks pro Monat mit diesem Kanal. Dann wären es nochmal extra 100 Euro im Monat. 100 Euro haben oder nicht haben, ich habe es sehr gerne. Kommen wir dann zum, oder ich sollte vielleicht noch ein bisschen mehr über diesen Punkt sprechen. Monetarisiere alles. Weil ich kann euch wirklich nur empfehlen, Zeit auf eine höhere Gewichtung zu geben. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich sage, ich monetarisiere alles, weil ich einfach sehr ungern Zeit verschenke. Ich denke mir, die letzten vier Jahre sind sehr stark an mir vorbeigezogen, weil ich die ganze Zeit nur durchgeackert habe. Ich habe sehr viel Zeit verschwendet. Ich habe mit sehr vielen Leuten irgendwelche Projekte gestartet, wo ich ganz genau wusste, vielleicht von Anfang an schon, dass das nichts wird. Und jetzt bin ich sehr, sehr selektiv und sage, okay, schreib mir gerne eine E-Mail, wenn du ein cooles Projekt hast. Aber erwarte nicht unbedingt eine lange Antwort von mir und erwarte vor allen Dingen nicht eine sofortige Kooperation. Weil ich bin nur eine Person, mein Unternehmen ist nur eine Person. Ich habe zwar eine Person, die für mich die Designs macht, aber die ist auch nicht fest angestellt. Ich bin ein Typ, der in einem winzig kleinen Studio steht, aber der, wie gesagt, ein erfolgreiches Unternehmen hat. Also bei mir ist es wirklich so, ich sage mir immer, ich monetarisiere alles, versuche möglichst viel Geld mit dem zu machen, was ich tue. Versuche meine Zeit möglichst zu monetarisieren und natürlich überlege ich mir immer, wie kann ich mit meinem Unternehmen wachsen und wie schaffe ich es, möglichst viel Geld jeden Tag zu verdienen. Kommen wir dann zum nächsten Punkt, nämlich investiere mehr Zeit. Und ich möchte da mit so einem kleinen Zitat von Nick Cave starten. Nick Cave ist einer meiner absoluten Lieblingsmusiker, wahrscheinlich sogar Vorbild, was auch immer, obwohl ich nichts mit Musik am Hut habe. Aber er zum Beispiel sieht sich selbst nicht als Künstler, sondern er sieht sich einfach nur als Arbeiter. Er ist eine Person, die ins Studio geht, ins Musikstudio, um zu forschen, um wirklich zu arbeiten, neue Dinge zu erstellen. Und zum Beispiel allein dieses Jahr hat er, ich glaube, drei oder vier Alben, zwei Opern. Er hat Soundtracks gemacht, ist gerade dabei, ein neues Buch zu schreiben, hat einen Film veröffentlicht, hat eine Welttour gemacht und so weiter und so fort. Das ist eine unfassbare Produktivität. Und er sagt, ich investiere einfach extrem viel Zeit, genau deswegen bin ich so erfolgreich, genau deswegen schaffe ich so viele Dinge. Von mehreren Alben pro Jahr, über Welttourneen, über Bücher, über sogar sogar solche Lectures, wo er praktisch einfach nur da sitzt und Leute fragen ihn fragen und er spricht dann über bestimmte Themen und so weiter und so fort. Also er monetarisiert fast alles, was er tut, ist extrem produktiv und tut vor allen Dingen eines, er investiert ultra viel Zeit in das, was er tut. Also da sind meine 16, 18 Stunden Tage manchmal gegen gar nichts. Er ist ein absoluter Workaholic. Workaholism ist nichts Gutes, es ist definitiv auch krankmachend und wenn du nicht auf dich aufpasst, dann kann das Ganze auch sehr böse enden. Genau deswegen sage ich jetzt nicht, dass du a la Gary Vaynerchuk oder Nick Cave den ganzen Tag von morgens bis abends sieben Tage die Woche hustlen musst, ganz im Gegenteil, sondern eher tue das, was für dich sinnvoll ist. Aber wenn du jetzt noch nicht genug Zeit investierst und du vielleicht einfach nur drei, vier, fünf Stunden in dein Unternehmen am Tag steckst, dann investiere doch einfach mal mehr Zeit und schaue, ob sich die Ergebnisse, dein Einkommen, ob sich das dann damit auch ändert. Kommen wir dann zum vierten Punkt, nämlich starte einen Side-Hustle. Und ein Side-Hustle ist praktisch für all die Leute, die jetzt nicht wissen, was das bedeutet, noch ein weiteres Unternehmen, eine kleine Sache, wo du noch mal Geld verdienst. Und bei mir ist es zum Beispiel so, mein Ziel ist es immer, jeden Monat mehr zu verdienen als im letzten Monat. Und das heißt nicht, dass ich jeden Monat mehr arbeiten muss, ganz im Gegenteil. In den meisten Monaten bedeutet es einfach nur, dass ich eine feste Anzahl von Kursen publiziere. Weil ich zum Beispiel weiß, dass jeder Kurs, sagen wir mal, 4000 Euro im Jahr macht, das ist das absolute Minimum, was ich erwarte für einen Kurs. Das heißt, wir gehen von, sagen wir mal, 350 Euro im Durchschnitt pro Monat pro Kurs aus und meine restlichen Kurse verkaufen sich auch noch weiter. Das heißt, nur wenn ich ein paar mehr Kurse mache, verdiene ich schon mehr als im letzten Monat. Das heißt, ich muss nicht jeden Monat, zum Beispiel im ersten Monat 5 Kurse machen, im zweiten 10 Kurse, im dritten 20, im vierten 40 und so weiter und so fort. Sondern ich erstelle zum Beispiel jeden Monat eine fixe Anzahl an Kursen. Nehmen wir einfach mal zur Einfachheitshalber 10 Kurse. Das heißt, im Jahr würde ich dann 120 Kurse erstellen, weil pro Monat erstelle ich immer 10 Kurse. Es ist um echt zu sein sehr viel mehr. Aber dann hätte ich, wie gesagt, jeden Monat mehr Geld verdient, weil ich einfach mehr Zeit und mehr Arbeit investiert habe. Das Side-Tustle wäre dann, in der restlichen Zeit zu sagen, okay, ich tue noch was anderes. Zum Beispiel, mein Side-Tustle ist definitiv YouTube, weil ich merke, dass YouTube mir vor allen Dingen eins bringt, Coaching-Teilnehmer. Ich generiere extrem viele Coaching-Teilnehmer über YouTube und genau deswegen werde ich YouTube auch weiter sehr stark pushen. Natürlich macht es mir Spaß, kostenfreies Wissen rauszugeben und ich freue mich immer über jeden Kommentar. Also wenn dir das Video gefällt, schreib es gerne in die Kommentare. Aber wichtig für mich ist vor allen Dingen auch natürlich, dass sich das irgendwie für mich lohnt. Ich kann nicht einfach meine Zeit jeden Tag komplett kostenfrei rausgeben. Dann kommen wir zum fünften Punkt, nämlich beginne den Skalierungsprozess. Sehr, sehr viele Leute skalieren nicht. Und ich war für sehr lange Zeit auch so eine Person, dass ich gesagt habe, ich mache nur meine Kurse, ich helfe keinen anderen Leuten. Ich mache nur mein Ding und ich skaliere nicht, weil ich nämlich diese Ultrasicherheit habe mit den Dingen, die ich bereits tue. Nämlich, wenn ich einfach nur Kurs erstelle jeden Tag, dann muss ich nicht mir irgendeine Sorgen machen um irgendeine Abmahnung oder ich muss mir keine Sorgen machen um Klienten, die unglücklich sind. Oder ich muss mir keine Sorgen machen um irgendwelche Rechnungen, ob jetzt das Geld von den Leuten reinkommt oder nicht. Und all diese Dinge, um die muss ich mir keine Sorgen machen. Aber, irgendwann habe ich dann verstanden, du kannst natürlich auch Leute einstellen, die für dich einige Dinge tun. Wenn du professionell agierst, ist es höchst unwahrscheinlich, dass Leute unglücklich sind. Und vor allen Dingen, wenn du viel Zeit investierst, dann schaffst du auch meistens beide Dinge unter einen Hut zu bekommen. Dann sechstens, Sparkode erhöhen. Das ist vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Nämlich, der Videotitel sagt ja, dass ich mit dir besprechen möchte, wie du mehr Geld verdienen kannst. Du kannst mit einer höheren Sparkode nicht mehr Geld verdienen. Du nutzt damit das Geld einfach nur besser. Und eine Sparkode, wie gesagt, bedeutet einfach nur, dass du versuchst, mehr von deinem Geld zu sparen. Zum Beispiel ich, und das ist kein Scherz, ich versuche immer mindestens, mindestens 90% von meinem gesamten Geld, das ich jeden Monat verdiene, zu sparen, zu investieren, irgendwie auf die Seite zu legen. Und ich muss euch sogar ehrlich sagen, ich spare sehr viel mehr als das. Ich muss um ehrlich zu mir schnell nachrechnen. Ja, tatsächlich eher so was um die 95%. 95% meines Geldes gehen direkt auf mein Konto. Ich lasse die da. Das Geld wird investiert. Das Geld wird manchmal auch einfach nur da liegen gelassen, weil ich derzeit ein bisschen auf die Rezession warte. Ich glaube, viele von euch wissen, warum ich mein ganzes Geld derzeit eher liquide habe. Aber für die Leute, die jetzt sich, wie gesagt, fragen, was mache ich mit meinem Geld, wie lege ich das Ganze an? Bei mir ist es einfach so, dass ich derzeit extrem viel liquide habe, dass ich extrem viel von dem Geld einfach nur auf meinem Konto draufliegen habe und immer probiere, jeden Monat meine monatlichen Fixkosten extrem gering zu halten. Ich kann euch mal sagen, was derzeit meine monatlichen Fixkosten sind, sind ca. 1200 Euro. Das war es. Nicht mehr. Und da ist Auto drin, da ist Wohnung drin, da ist Essen drin und so weiter und so fort. 1200 Euro, nicht mehr. Kommen wir dann zum nächsten Punkt, nämlich Wachstum durch Menschen. Und das ist eine Sache, die ich auch für relativ lange Zeit unterschätzt hatte. Nämlich, ich dachte immer, dass Menschen natürlich, klar, sie können einem helfen, aber es ist auch sehr anstrengend, mehrere Mitarbeiter zu haben, mit diesen Leuten zu arbeiten, sie einzuführen und so weiter und so fort. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, Mensch, du kannst dir auch Freelancer anstellen. Nämlich, ich will einfach keine festen Mitarbeiter, weil ich immer das Gefühl habe, dass diese Leute höchstwahrscheinlich nicht zum einen das Geld wert sind. Nämlich zum Beispiel an, ich zahle den Leuten 1500 und dann nochmal die andere Seite, also vielleicht 3000 Euro pro Monat oder vielleicht sogar mehr. Dann ist das, wie gesagt, doch schon eine ganz schöne Stange Geld, die ich da jedes Jahr in die Hand nehmen müsste. Und ich frage mich, ist es denn wirklich wert, dann so eine Person anzustellen? Ist es wirklich wert, dieses Geld auszugeben? Und genau deswegen verlasse ich mich einfach auf Freelancer. Freelancer sind viel günstiger, ich müsste nicht durchgehend bezahlen. Und vor allen Dingen auch der Stundensatz kann unter dem Mindestlohn sein, weil, wie gesagt, für jeden Unternehmer ist der Mindestlohn jetzt, wo er derzeit steht, noch nicht so ein Riesenproblem. Denke ich mal, für mich ist es zum Beispiel kein Problem. Aber wenn sich der Mindestlohn noch weiter erhöhen sollte, dann ist das echt ein richtig dickes Problem. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, zum achten Punkt, nämlich Preise erhöhen. Und das ist eine Sache, wo ich mit sehr viel Skrupel habe. Das heißt, dies ist ein Tipp, den ich persönlich selbst nicht befolge. Es tut mir sehr leid. Aber wie gesagt, das ist ein Tipp, wie ihr definitiv, aber natürlich euer Verdienst erhöhen könnt. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich habe am Anfang eine Stunde Coaching rausgegeben für 99. Jetzt ist es immer noch für sehr billig 129. Ich werde es höchstwahrscheinlich relativ bald auf 149 oder 169 erhöhen. Wenn du ein Coaching mit mir buchen möchtest, übrigens, geh gerne in die Videobeschreibung. Dort, wie gesagt, habe ich einen Link. Kannst du draufklicken und mir ein Coaching buchen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Produkte hast und du weißt, du hast einen riesen Andrang auf diese Produkte, dann erhöhe einfach den Preis von den Produkten und du wirst höchstwahrscheinlich dann noch mehr mit diesen Produkten verdienen. Also wie gesagt, Preise erhöhen kann schon eine sinnvolle Strategie sein. Dann neuntens, neue Produkte erstellen. Und bei mir ist es so, dass ich sage, okay, meine Produkte verkaufen sich automatisch, meine Kurse machen Geld. Genau deswegen arbeite ich einfach an neuen Produkten, weil ich ganz genau weiß, dass diese neuen Produkte mir nochmal weiteres Einkommen generieren werden. Und ich meine jetzt nicht nur irgendwelche Online-Videokurse, sondern viele Leute, die mich kennen, wissen auch, dass ich zum Beispiel T-Shirts promote. Ich habe Designs, irgendwelche kleinen Icons, die ich verkaufe. Ich habe Stockfotos, also so Beispielbilder auf Shutterstock und so weiter und so fort. Drehvideos, mache Produktionen für Unis und so weiter und so fort. Das heißt, ich versuche immer neue Produkte zu entwickeln, die irgendwie automatisch sich verkaufen. Oder ich versuche eine Person dann irgendwie anzuheuern, die diese Produkte für mich verkauft. Zum Beispiel eine Sache, die ich persönlich auch sehr, sehr gerne mache, ist, ich starte Kooperationen mit anderen Leuten, die eine größere Reichweite haben als ich. Zum Beispiel jetzt gerade bringe ich eine große Facebook-Masterclass mit einem guten Freund von mir raus, der eine größere Reichweite hat als ich. Und er kriegt einfach mein Produkt, das ich bereits erstellt habe, promote das und kriegt dafür 50%. Und für mich, wie gesagt, ist das eine super Nummer, weil ich damit nochmal ein paar extra 10.000 im Jahr mache. Kommen wir dann nochmal zum letzten Punkt, nämlich Wissen weitergeben. Und das ist natürlich auch nochmal so eine Sache, die ich euch immer empfehlen kann, nämlich die Welt ist hungrig auf Wissen. Und es gibt so viel Wissen, was nicht liquide ist, was irgendwo in den Köpfen von Experten drinsteckt. Und wenn du dein Wissen weitergeben möchtest, ist YouTube, Udemy, Skillshare, deine eigene Kursplattform, das ist ein super Weg, wie du deine Einnahmen erhöhen kannst. Und wie gesagt, ich kann dir einfach nur empfehlen, zu versuchen, Produkte zu entwickeln, in denen dein Wissen drinsteckt und die du dann hochpreisig oder auch gerne für wenig Geld online vertreiben kannst. Aber gut, in diesem Video, wie gesagt, haben wir über 10 unterschiedliche Wege gesprochen, wie du deinen Verdienst erhöhen kannst. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Lass doch ein Like da und abonniere den Kanal. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und wir hören uns morgen wieder. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dabei warst,